Alle miteinander! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ich habe viele Reaktionen bekommen mit von gestern. Heute kommt in eine ganz andere Richtung. Max hat Homeoffice. Seine kleine Junge, Moritz, spielte in den Stuben vorne mit der elektrischen Eisenbahn. Plötzlich hörte Max im Büro hinten, wie sie in den Stuben vorne klingt. Die kleinen Tobel vorne einsteigen, die grossen Tobel hinten einsteigen. Er denkt sich nichts dabei, aber genau dieser Wortlaut wiederholt sich alle Minute. Die kleinen Tobel vorne einsteigen, die grossen Tobel hinten einsteigen. Max ist zu Moritz vorne und sieht, ich habe Homeoffice, ich sollte ein wenig Ruhe haben. Könntest du es nicht ein wenig leiser machen? Nach zwei, drei Minuten hat der von Moritz da vorne schon wieder gerufen. Die kleinen Tobel vorne einsteigen, die grossen Tobel hinten einsteigen. Und wegen dem grössten Tobel im Büro hinten haben wir eine Stunde Verspätung. Bis zum nächsten Mal!